Makler gibt es wie Sand am Meer. Doch woran erkenne ich einen guten Makler? Einen guten Makler macht vieles aus. Ein Merkmal eines guten Maklers ist eine fachspezifische Ausbildung. Doch noch viel wichtiger sind regelmäßige Weiterbildungen, um in der sich stets wandelnden Branche up-to-date zu sein. Auch Auszeichnungen können ein Merkmal eines guten Maklers sein. Doch Vorsicht! Nicht immer sind Auszeichnungen sehr aussagekräftig. Ein weiteres Merkmal eines guten Maklers ist die Mitgliedschaft in einem Verband, wie dem Immobilienverband Deutschland. Uns liegt die Weiterbildung unseres Teams sehr am Herzen. Gerne nutzen wir unser Fachwissen, um Sie bei der Vermarktung Ihrer Immobilie zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen in einem persönlichen Beratungsgespräch oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!